Hier, wir sind in der Flohmarkt hier in Augsburg und ich habe eine kleine Frage. Kennen Sie diesen Mann? Dieser Mann ist sehr berühmt hier in Deutschland. Ich glaube, dass alle Deutschen muss kennen. Ist ganz großer wie der Tschespier oder wie der Wander von Spanien. Kennen Sie? Ich warte auf Ihre Antworten. Jawohl, ciao!